Es fühlt sich gut an, auf der Berlinale zu sein. Was soll ich dazu sagen? Klar, wir freuen uns, dass der Film läuft und wir freuen uns, dass nach einer langen Drehzeit von sechs Jahren wir uns die Serie zeigen konnten. Und wir hoffen, dass der Film natürlich jetzt seine weiteren Wege machen wird. Achso, ja, übrigens, ich bin Philipp und ich habe die Kamera gemacht mit dem Film. Okay, ich bin Odita und ich habe die Geschichte gemacht und eine kleine Korrektur. Wir haben vielleicht sechs Jahre den Film entwickelt und danach gedreht und fertig gemacht und vielleicht nicht sechs Jahre. Aber genau, es ist über eine lange Zeit entstanden und jetzt sind wir froh, dass es endlich mal ein Publikum gibt, das das sieht und das auch dazu ein Verhältnis hat. Wir haben einen schönen Premier und das ist, ich glaube, eine gute Response. Ja, ich bin Raphael und ich bin für Szenenbild verantwortlich gewesen. Für mich ist es jetzt schon drei Jahre her, daher kam es fast überraschend, plötzlich auf der Berlinale zu laufen, was natürlich sehr schön ist, gerade für den Film und wir hoffen, das Beste für die Zukunft.